Musik Am vergangenen Freitag hieß es in der Andernacher Innenstadt Happy Birthday. Doch wer oder was feierte hier eigentlich Geburtstag, mag sich der ein oder andere Besucher gefragt haben. Unter der Federführung der Aktionsgemeinschaft Andernach attraktiv wurde das Innenstadtbelebungsprojekt First Friday gestartet. Ab sofort soll an jedem ersten Freitag im Monat die Nacht in der Innenstadt von Andernach zum Tag gemacht werden. Aktionen, die das Bummeln zum Erlebnis machen sollen, aber auch kulturelle Angebote, wie beispielsweise Konzerte, sollen das Publikum in die Bäckerjungenstadt ziehen. Bei der Geburtstagsparty am 5. April war die Rock'n'Roll-Formation Waldbobbin-Bubuns und weitere Musik-Acts mit dabei. Attraktive Angebote der Einzelhändler rundeten die besondere Geburtstagsfeier für den ersten First Friday in Andernach ab. Musik 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 Vielen Dank.